Ardha Bhada Padma Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge im halben gebundenen Lotus. Strecke ein Bein nach vorne aus, beuge das andere Knie, gib den Fuß in die Hüftbeuge, dann fasse mit der Hand um den Rücken herum und fasse mit der Hand an den Fuß. Dann hebe den anderen Arm hoch und beuge dich nach vorne und fasse mit der Hand um den Fuß herum. Diese Stellung ist zum einen eine sehr gute Vorwärtsbeuge, zum anderen ist sie auch sehr gut, um die Lotusflexibilität weiterzuentwickeln. Dadurch, dass du mit der Hand an den Fuß fasst, ist das Knie geschützt. Wenn es also irgendwo geht, in der halben Vorwärtsbeuge an den Fuß fassen zu können, des gebeugten Knies, dann mache das. Wenn du dich dann nach vorne beugst, machst du sehr viel für die weitere Lotusflexibilität. Und dadurch, dass die Ferse zwischen Oberschenkel und Bauch ist, gibt es auch eine gute Stimulierung des Bauches, sowie der Nadis der Energiekanäle tief im Bauch. Ardha Bhadda Padma Paschimottanasana gehört zu den wichtigsten Variationen der Vorwärtsbeuge für Fortgeschrittenere.